Kennt ihr das nicht auch? Ihr habt nur 30 Minuten Zeit für eure Mittagspause und alles, was ihr euch wünscht, ist ein gesundes und frisches Mittagessen. Am besten von eurem Lieblings-Bio-Restaurant. Da kommen wir ins Spiel. Die Genussbringer beliefern euch umweltfreundlich auf Lastenrädern und ressourceneffizient mit einer langfristigen Verpackungslösung. Ihr könnt dazu auf unserer Website die Angebote der lokalen Bio-Restaurants einsehen und Woche für Woche auswählen. Das bietet nicht nur eurem Haushalt Planungssicherheit, sondern auch den Restaurants und unterstützt lokale Bauern, da wir auf Lokalität der Produkte setzen. Durch unsere Aktionen wie dem Brot vom Vortag eine zweite Chance zu geben und Obst und Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern zu Suppen und zu Säften weiterzuverarbeiten, möchten wir ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen. Schulkindern möchten wir in ihrer Frühstückspause mit frischen Säften beliefern, um ihre Konzentrationsfähigkeit und ihre Gesundheit zu fördern. Langfristig gesehen möchten wir auch Workshops anbieten in den Schulen rund um das Thema Lebensmittelverschwendung. Bisher haben wir bereits mit einigen Bio-Restaurants in Graz gesprochen und sind auf ein sehr positives Feedback gestoßen. Mit dem Startkapital vom Social Impact Award möchten wir in unsere ersten Lastenräder und in den Aufbau unserer Website investieren. Außerdem erhoffen wir uns Unterstützung durch die Experten und durch die Workshops im Impact Hub in Wien. Deswegen votet für unser Projekt die Genussbringer. Vielen Dank!